Die Sonnenbräu freut sich auf die WIGA 2017. Wir schauen, dass niemand verdurstet. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Hollywood an der WIGA 2017. Wir laden sie ein. Für uns Jungen ist die WIGA eine gute Sache, weil wir die Kollegen der Region treffen. Und es ist sogar ein Disco für uns organisiert. Die WIGA für uns Unternehmer ist eine sehr wichtige Ausstellung. Wir von der Firma Marti machen schon seit vielen Jahren mit. Die WIGA ist auch wichtig, weil man dort immer Leute antrifft. Das braucht ein Unternehmer. In der Grillwolli dürfen Sie an der WIGA 2017 verköstigen. Ich freue mich sehr, wenn Sie bei mir vorbeischauen. Für uns Jungen ist die WIGA eine sehr gute Geschichte. Das Koi macht sehr coole Sachen für uns. Ich freue mich jetzt schon auf die WIGA 2017. Ich hoffe, dass viele Besucher aus der Region kommen. Und ich hoffe, dass noch viel mehr Liechtensteiner den Weg auf die Buchse finden. Ich serviere wieder meine Käsknöpfchen mit Töpfelmus. Also, nichts auf wie zur WIGA. Die WIGA ist im Fall eine super Geschichte für uns Frauen. Ich freue mich mega auf die WIGA 2017. Wir von den Feuerhaushaltsapparaten sind schon seit Anfang an der WIGA. Wir treffen hier viele von unseren Kunden und lernen neue Leute kennen. Wir freuen uns auf die WIGA 2017, auf viele neue Bekanntschaften und gute Gespräche. Wissen Sie, worauf ich mich freue auf die WIGA 2017? Wenn wir am Eröffnungstag mit unserer Helfer-Ekippe alles bereit haben, dass wir die Leute informieren können und ihnen sagen, wo es durchgeht. Oder was sie anschauen sollten und was wieder läuft. Und wenn es dann vor allem rauskommt und wieder zufrieden sind. Und solche Gesichter habe ich in den letzten WIGA gerade ein Haufen Haufen gesehen. Das würde mich freuen, wenn es auch dieser WIGA wieder so rauskommt. Also, ich freue mich mega auf die WIGA 2017. Dort treffst du ein Haufen Leute vom Seenwald bis ins Wartau. Und auch ein Haufen Arbeitskollegen vom Lichterstein, dort wo ich arbeite. Die WIGA Meiser freut sich auf die WIGA 2017. Ich freue mich auf Jung und Alt von beiden Seiten des Rhein. Und natürlich auch ich freue mich auf die WIGA 2017. Tschüss. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Entschuldigung, vier, drei, zwei, eins, go! Punkt, vier, drei, 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 zwei, eins, go!